Hallo und guten Tag, ich bin Stefan Barthel. Ich habe mal einige Fragen an Sie, bezüglich des Auftretens in der Unterweisung. Ging es Ihnen schon mal so, dass Sie sich unsicher fühlten vor der Gruppe? Haben Sie schon mal gedacht, im Grunde bin ich ja dafür nicht der Richtige? Im Grunde fehlt mir die Erfahrung, mit einer Gruppe erfolgreich umzugehen? Haben Sie vielleicht schon mal gedacht, man könnte das noch besser machen wie Sie? Haben Sie schon mal Mitarbeiter vor sich sitzen sehen, die Sie mit gelangweilten Augen angeschaut haben? Haben Sie schon mal gesehen, wie Mitarbeiter auf die Uhr geschaut haben und selbst eine halbe Stunde zu lange wurde? Wenn Sie auch nur eine dieser Fragen mit Ja beantwortet haben, dann ist das kostenlose Webinar Erfolgreich Auftreten in der Unterweisung genau richtig für Sie. Dort lernen Sie, was Sie tun können, um Ihre Wirkung vor Gruppen auf andere Menschen noch weiter zu verbessern. Dort lernen Sie, was Sie persönlich tun können, um das, was von Ihnen an Wirkung ausgeht, noch zu optimieren. Dort kriegen Sie ein Stück Informationen, die für Sie innere Sicherheit und Souveränität vermitteln. Und deshalb bitte ich Sie, melden Sie sich an zum kostenlosen Webinar Erfolgreich Auftreten in der Unterweisung. Drücken Sie auf den Button, nutzen Sie die Chance für sich, die für Sie da drin steckt. Ich freue mich auf Sie.